Hallo meine Freunde, herzlich willkommen hier bei einem kleinen Infovideo. Ja, was den Charity Gamer TV Kanal betrifft, den ihr ab Oktober zu sehen bekommt. Natürlich gibt es da jetzt immer schon kleine, kleine Schmankerl zwischendurch. Ja, ich freue mich auch voll drauf, das Charity Gamer oder das Charity Programm zu trennen mit meinem regulären Programm und das richtig aufzuziehen. Voll geil. So, ja, wir haben Scania. Kelly hat sich wieder fleißig Mühe gegeben. Wir wollen natürlich, dass alles irgendwo einheitlich aussieht. Und deswegen fährt jetzt schon mal Charity Gamer TV Werbung. Und wir haben hier den Track. Ein Trailer, ganz normal, super gemacht. Und gar nicht viel Schnickschnack drauf. Sondern einfach nur Charity Gamer TV und mein Pitcher Meyers Logo, dass man weiß, dass der Charity Gamer der Pitcher Meyers ist. Genau. So, und so sieht er aus. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Info-Video für euch. Mehr ist das nicht. Auf alle Fälle, Kelly, super schön. Auch farblich, wirklich geil. Also das kommt genau so rüber, wie wir das auch im Logo haben mit dem Metallic. Das ist voll geil. Jo, der Sound ist auch aus Scania, neu. Also bin ich noch nicht viel gefahren mit Scania. Es gibt zwar diverse alte Videos, wo ich da mal gefahren bin, eine Zeit lang. Aber Volvo ist für El Pitcher Meyers und natürlich für eine Million Kilometer und so weiter und so fort. Und Gamer TV haben uns überlegt, machen wir doch mal was Neues. Und deswegen haben wir uns für den entschieden. Gut, Interior haben wir leider noch nichts. Da wissen wir noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Auf alle Fälle freue ich mich schon, die erste Tour zu fahren mit dem. Und wann es losgeht, erfahrt ihr den nur Stück für Stück. Genau, jetzt habt ihr gerade gesehen, was hinten drauf ist. Hier fahren wir momentan nur meine Drähte. Ich habe nichts anderes jetzt im Spielstand drin. Weil ich wollte den jetzt auf Anhieb gleich finden und den ewig lang suchen müssen. Auf alle Fälle richtig super. Hinten ist natürlich auch mein Logo drauf, dass jeder gleich weiß, womit das zu tun hat. Ja genau, alle, die was natürlich meinen regulären Volvo kennen und den Trailer kennen und den haben möchte, gibt es zum Download. Einfach mal meine Videos anschauen. Oder auf eine Million Kilometer für den guten Zweck. Und dort ist es, die Links dann zu finden. Gut, so, gleiches Infovideo ist vorbei. Also wie gesagt, hier haben wir einen. Schaut schön aus. Und ich freue mich schon auf die erste Tour. Schade, dass es in Multiplaner geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man so 6, 7 LKM davon hat, wirklich cool ausschaut. Ich freue mich auf alle Fälle auf CharityGamerTV. Ja, und die nächsten Tage. Ach ja, ihr könnt den Kanal schon mal abonnieren. Genau, es gibt CharityGamerTV auf YouTube. Es gibt CharityGamerTV auf Hitbox. Und es gibt die charity-gamer.de Homepage, wo aus Form langsam, aber sicher auch Form annimmt. Und wo man dann diskutieren kann. Ja, einfach reinschauen, Spaß haben. Oder bei uns im TS reingucken. Und einfach mal mitmachen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und seid gespannt auf CharityGamerTV. Bis dann, tschü.